was geht herzlich willkommen zurück wir klären heute einige fragen die an mich gestellt habe ich habe auf instagram gefragt was wollt ihr wissen zu okay zu mir et cetera und ihr habt reingehauen und jetzt machen wir das video dazu viel spaß die erste frage kommt von dennis und er möchte wissen ob das auktionshaus in nba 25 mein team zurückkommt lieber denn es dazu kann ich leider noch nichts sagen die infos zum team kommen in der woche ab dem 19 august also in der woche vom 19 august so hat es okay angekündigt es kann am 19 das kann um 20 es kann um 21 sein alles andere als ein comeback vom auktionshaus wäre meiner meinung und der meinung vieler leute in der community der tod von my team mike möchte wissen wie siehst du das mit takeover und dem batch system ich habe mir bei den player news nur die plaketten angeguckt die dann im spiel drin sind zu takeover und so weiter habe ich nicht viel durchgelesen angeguckt ich habe nur ein bisschen was mitbekommen es gibt wohl 70 takeovers oder sowas und fünf level die man da erreichen kann mit jedem level erreichst du ein paar skill punkte mehr für deine attribute finde ich an sich ganz cool dass es da eine steigerung gibt wie sie das ganze umsetzen habe ich jetzt nicht erfahren und ich bin mal gespannt was bei den ganzen takeovers dann am ende übrig bleibt ist es wie bei den animationen bei my team und bei my player es wird drei vier sachen geben die wirklich gut sind und die wird dann am ende eh wieder jeder nehmen vielleicht wird es bei programm sein bei den leuten die das ernsthaft spielen dass das dann an die position gebunden ist dass jede position ein zwei takeovers hat die da wirklich gut sind das würde mich schon freuen weil dann würden wir an diesem sharpshooting takeover was am ende irgendwie jeder haben möchte wegkommen web system habe ich ein video zu gemacht zumindest was my team betrifft wie das bei my player reinkommt kann man bis jetzt nur vermuten die frage ist wollen die leute in einem bereich wirklicher experte sein also sich da auch die attribute hochknallen und dann auch da diese diese legend badges bekommen dann sind die spieler aber in anderen bereichen sehr limitiert oder wollen sie eher breit gefächert sein und dann eben keine legend badge haben ich finde beide ansätze cool ich persönlich ich versuche immer vielseitig zu sein ich finde es immer schlecht wenn ich zum beispiel eine sache gar nicht kann und dann meinem team nicht helfen kann wenn ich jetzt wirklich pro am spielen würde dann dann wäre es der horror wenn ich weil ich in der defense alles rein knalle auf einmal keinen dank animation ich bekomme und stattdessen leer machen geblockt werde oder ich machen drei ja nicht rein und denke so scheiße das liegt jetzt daran dass ich in einem anderen bereich zu viel drin habe deswegen ich persönlich wäre eher der breit gefächerte typ mal sehen was die andere machen mal sehen was überhaupt dann am ende gepatcht wird meistens verändert sich hat okay nach dem ersten zweiten patch noch mal so sehr dass viele leute sich ein neuen bild machen mit den erkenntnissen sie dann haben aber gut ich glaube das war alles was ich dazu sagen kann leon fragt ob ich die badges mal detailliert erklären kann vor allem für anfänger leon ich werde dazu wenn 2k rauskommt ein video machen weil dann werden genau diese anfänger und auch die leute die sich generell dafür interessieren noch mal reingucken und das speziell auch vielleicht bei youtube suchen das ist für mich und meinen kanal die lohnendere variante wenn du jetzt schon infos haben willst dann guck mal in den kurzzeit report von nba 2k 25 da ist diese liste mit den ganzen badges und da ist auch eine beschreibung was die badge macht auf englisch das ist natürlich nicht sehr ausführlich aber es gibt einem zumindest eine idee halid der mvp er fragt ob es eine spielbare gary payton karte geben wird es kommt ganz darauf an was 2k mit der größe dieses jahr macht ich habe gelesen gehört dass kleinere guards wieder ein bisschen mehr in den vordergrund rücken sollen ich fand das ist dieses jahr schon besser gelungen da wurde ja auch schon gesagt ja wir wollen die kleineren grad wieder ein bisschen mehr fördern ja mann hoffentlich gelingt das ein weiteres mal weil dann wird gary payton immer mehr spielbar weil mit seiner starken defense sehr geil mal gucken was der verwurfanimation bekommt gary payton sehe ich die zweite frage von halid ist ob der spieler markt zurückkommt er hat die frage haben wir schon beantwortet ich habe dazu leider noch keine infos wie gesagt wenn er nicht kommt ist der mode guckt und dann bin ich wahrscheinlich schneller in fifa als die fifa sagen könnt ganz kurze werbung in eigener sache ich habe ein video erstellt für jemanden aus der 2k community in deutschland und zwar für den guten blade er ist pram spieler und hat mich gefragt ob ich ein highlight tape für ihn erstellen könnte ich habe zugestimmt und habe mich einfach mal ausprobiert als cutter von highlight tapes ich finde das macht mir riesengroßen spaß wenn euch interessiert was daraus geworden ist dann schaut doch gerne mal in das video rein was ich euch jetzt als einblende wenn ihr hier mit dem video fertig seid und dachte mir ein bisschen rückmeldung da wenn ihr jemanden kennt der so ein video für sich auch erstellt haben möchte oder ihr selber ein video erstellt haben möchtet dann schreibt mich einfach an bei instagram bei ex wo auch immer und dann können wir mal gucken was wir machen können hanshu kaiser fragt beziehungsweise kommentiert warum nur my team ich bin seit über zehn jahren ein mensch der nummer ultimate team bei fifa gespielt hat my team bei nba 2k gespielt hat für mich sind das die mode die mir am meisten spaß machen ich möchte mir auch wenn es geld kostet früher hat es kein geld kostet welches geld nicht hatte ich möchte mir ein team erstellen mit spielern die ich selber feier und spielern die in dem spiel mir weiterhelfen und ich möchte diesen fortschritt erleben bei my player habe ich diesen ein spieler er irgendwann ein gewisses zielen erreicht hat und dann muss ich in einem team mit fünf anderen leuten spielen wenn ich nicht meine karriere was für mich sehr langweilig ist spielen möchte und dann habe ich das problem dass ich mich mit diesen anderen vier bis fünf leuten terminlich absprechen muss muss zuverlässig sein ich muss auf einem gewissen niveau spielen damit ich weiter mitspielen kann oder ja mygm haben wir vor zwei sommern mal im stream probiert macht spaß privat zu spielen würde vielleicht für ein video auch ganz gut funktionieren muss ich noch mal ausprobieren aber hat mir jetzt in der zeit auch nicht das gegeben was ich mir davon erhofft habe in andere mode die habe ich noch gar nicht reingeguckt will ich ehrlich gesagt auch gar nicht deswegen wenn dir das nicht gefällt musst du woanders reingucken ja die cobers fragt weil er eigentlich nur auf pc spielen möchte ob es das crossplay auch zwischen den konsolen und dem pc geben wird dazu habe ich keine infos bzw diese info hätte eigentlich schon kommen müssen wenn das möglich wäre die einzige info die wir für die pc spieler haben ist dass ihr jetzt auch die next gen variante spielen könnt das heißt bisher hattet ihr immer diese ps4 version jetzt habt ihr auch die ps5 version da war leider nichts von crossplay zu hören ich glaube okay hat auf pc ganz ganz große probleme mit cheatern und wenn dann leute crossplay gegeneinander spielen würden würde das wahrscheinlich nicht gut enden außerdem haben die two case server bei online gameplay generell schon zu kämpfen jetzt mit dem crossplay zwischen playstation xbox war es auch noch mal eine stufe härter für viele leute für mich zum glück nicht wenn da noch pc kommt ich glaube dann sind die server komplett guckt nächste frage von jati cobers ist bzw nächste aussage von jati cobers ist das auction house muss auf jeden fall wieder zurück da kann ich nur zustimmen wie schon vorher gesagt muss zurück der leroy hat mich noch gefragt wie man richtig place laufen kann weil er hat probleme zu scoren ich persönlich spiele dieses jahr eigentlich nur five out und pick and roll ich habe dazu ein video auf meinem kanal gemacht guck mal nach dem five out video das ist ganz am anfang irgendwann im september oder anfang oktober gekommen grundlegend zu place kommt es darauf an bist du auf ps4 oder auch ps5 unterwegs oder der jeweiligen xbox oder der pc variante weil da unterscheidet sich wie man in die place reinkommt von den controls her schau dir mal auf youtube wenn du in diesem spiel noch wissen willst an wie es geht such youtube nba 2k 24 place playbook was auch immer da wirst du dann auch sehen wie man in die place reinkommt was man drücken muss und welche place vielleicht auch gar nicht schlecht sind in welchem playbook weil das ist auch noch so eine geschichte ich persönlich wenn ich playbooks spiele das suns playbook das aktuelle und das bugs playbook das aktuelle also historische playbooks bitte komplett die finger von lassen das ist meistens nicht so gut ansonsten wie gesagt einfach bei freelance five out einstellen wie das geht habe ich erklärt und dann mit pick and roll pick and fade arbeiten l1 gedrückt halten und allem was dazu gehört und dann gucken read and react alter guck was gibt dir der gegner wo kannst du hinpassen kannst du zum korb ziehen kannst du drei machen nimmst du den pick and fade nimmst du ein pick and roll guck mal was da geht ich finde das ist am einfachsten weil ein play das merke ich selber aber wenn ich gegen leute spiele die place spielen wenn ich ein play ich als ich sag jetzt mal ich als guter spieler ja wenn ich ein play zweimal gesehen habe dreimal gesehen hat dann klappt es vielleicht diese eins zwei drei male aber beim vierten mal und bei jedem mal was danach kommt hast du keine chance mehr deswegen ein zwei place haben mal rein streuen ist ganz cool aber man sollte sich wirklich nicht auf die place verlassen nimm das als tipp mit dann haben wir noch eine frage die bei youtube unter gepostet wurde und zwar vom guten nico er fragt welche unterschiede es zwischen nba 24 und nba 25 geben wird dazu habe ich ein video gemacht wo die größten änderungen angekündigt wurden die beim gameplay kommen sollen ob die dann wirklich im spiel so umgesetzt sind wie sie angekündigt werden das kann ich leider nicht sagen ich kann so viel sagen dass was angekündigt wurde das hört sich ganz cool an aber wir müssen gucken was daraus wird außerdem haben wir noch ganz viel zeit es kommen noch ganz viele sachen raus wenn dich das wirklich noch mal tiefer gehend interessiert dann guck auch du noch mal in das video oder in die courtside reports von nba 25 rein und halt die augen auf youtube instagram und vor allem auch auf twitter also dann account hast offen da kriegt man eine ganze menge mit von sachen die da oder zu kommen sollen das ist gewesen leute wenn ihr solche frage antwort videos hat wenn ihr mehr davon haben möchtet dann lasst es mich wissen dann können wir das vielleicht einmal oder alle zwei wochen mal machen und ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig als den youtuber kram zu machen lasst likes abonniert wenn ihr neu seid und kauft über meinen link bei instant gaming ich habe einen link bei dem ich drei prozent von eurem kaufpreis bekomme wenn ihr psn gut haben braucht zum beispiel um nba 25 zu holen oder auch andere spiele scheißegal muss nicht okay sein dann denkt an mich dann sehen wir uns beim nächsten video wieder ich bin erstmal raus